so leute herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar hat leon mascher ein neues video hochgeladen er ist ja einer von den youtuber die nicht täglich ein video hochladen wie die meisten anderen großen youtuber und zwar hat er echt einen mega geilen prank gemacht und ich würde mal sagen wir schauen den uns zusammen an weil er ist echt der ist echt gelungen der ist zu krass geworden ich bin es wieder leon mascher am start aber ihr wisst nicht mein kollege hat mir letztens gesagt yo ich hab hier ein der sieht original aus wie mero und du musst ein video mit dem drehen und dann dachte ich so geil ideen der sieht einfach genauso aus wie mehr aber man muss schon eins zugeben der sieht echt aus wie mero und ja vielleicht werden ja die ein oder anderen leute darauf anspringen schauen wir mal man sieht hier schon echt am anfang des videos dass die leute echt darauf anspringen alle schauen wo ist es vielleicht mero ist zu geil gemacht auf jeden fall auch das video gut bearbeitet mit dem im beat von ihm im untergrund und ich habe mich alle meine Ich bin die erste Politistin, die ein bisschen Tee gelacht hat. Auf jeden Fall zu geil. Aber man muss schon eins sagen, wie jeder drauf anspringt. Es sieht echt original 1 zu 1 aus wie Mero. Und das ist auch der Punkt, dass jeder drauf anspringt. Hier, die machen alle ein Bild mit ihm. Und werden das auch alle in ihrem Instagram-Profil und so hochladen. Und im Nachhinein wird der eine oder andere merken, dass er nicht mit Mero, sondern mit einem Zwillingsbruder ein Foto geschossen hat. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Flow, einen neuen Modus. Es muss abgehen. Okay, ja. Sag mir mal was, zeig mir mal was. Ey Jungs, Wallah, dieses Pans hat mich verrückt gemacht. Wo kann man hier vernünftig essen? Ich bin tot. Oh, vorne gibt es ein Restaurant. Viele Afrikaner essen Paparoni, Spaghetti. Wallah? Alle, was du willst. Alle essen von überall. Paparoni, Macaroni, Macaroni, Ekeloni, Mero. Mero, alle Leute. Mero! Mero! Geht mal weiter. Geht mal weiter. Geht mal weiter. Halt. Danke schön. Ja. Aber wie professionell die das auch durchziehen hat. So, echt unglaublich. Einmal, du musst immer gut aussehen. Gib das mal Spiegelbild. Fuck. Zu wild. Zu wild. Kamer, du wolltest andrücken. Du weißt nicht, was hier losgeht. Du musst dir zeigen, wie du dich verteidigen musst. Wie? Das musst du verlieren. Komm mal jetzt. PhT-Sicht. Pfff! 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 Ja, man! Pfff! 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 ığını weißig! Pfff! Alleroran, man. crushed! Pfff! Das war so ein langer Tag. Wir mussten uns was kennen mit meinem Bruder. Der abstehend auf mich. Der ist am Problem hier. Nach so einer langen Tour war ein geiler Tag. Was siehst du da? Bruder, das sind Käserollen. Himmel. Zu wild. So Bruder, ich würde sagen, Videos geglückt, Digga. Wir haben Hamburg auseinandergenommen. Es war ein Beben. Es war ein Beben. Also, muss man auf jeden Fall an dieser Stelle ein großes Lob aussprechen. Hat echt eingeschlagen. Also, ganz Hamburg. Hat geglobt, sie haben einen Star getroffen und mit Mero ein Foto gemacht. An dieser Stelle, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Geiles Video auf jeden Fall. An dieser Stelle war es das auch schon mit dem Video heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schaut bei Leon vorbei. Abonniert meinen Kanal und folgt mir auf Instagram. Peace Leute. 7 8 9 9 8 9 10